Servus Leute, ich bin Sascha, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir einen R8 V10 hier und wir schauen uns mal ein bisschen an, ob es sich lohnt den alten zu kaufen oder doch lieber aufs neue Modell zu gehen. Viel Spaß mit dem Video. Der V10 ist hier in 5,2 Liter. So Leute, ihr seht schon, schwarzer R8 V10. Die wurden ja anfangs gebaut auch als V8, sprich seit 2006 gab es die V8 Modelle und dann ab 2009, 2010 circa gab es die V10 Modelle, was wir natürlich mega, mega geil finden. V10 Saugmotor, das wir hier jetzt auch drin haben, den wir jetzt auch entsprechend drin haben, den V10 Saugmotor und später gab es dann nochmal auch ein Facelift und ein Upgrade auf den V10 Plus mit dann noch ein bisschen mehr Leistung, aber ebenfalls den V10 Saugmotor. Kommen wir gerne mal ein Stück mit, wir laufen mal kurz drum rum. Endanziell muss ich sagen, der R8, egal ob jetzt der hier oder das aktuelle Modell, was es jetzt derzeit gibt, sind beides mega, mega schöne Autos. Von Audi wirklich auch ein Fahrzeug, wo ich sage, ja, das prägt ein bisschen die Marke, weil ein R8 kennt wahrscheinlich jeder schon aus Kindheitszeiten noch. Egal ob den alten oder den neuen jetzt, beide sehr, sehr geil. Ist ja hier im Endeffekt der Mittelmotorsportwagen von Audi. Also wirklich auch, geht in die sportliche Richtung, nicht hier wie sonst Frontmotor, sondern hier Gewichtsausgleich zwischen Vorder- und Hinterachse, dementsprechend geregelt über den Mittelmotor. Film gerne mal drauf, sieht man hier auch mit der gläsernen Scheibe in der Mitte und natürlich großprägnant drauf V10. Wir machen das gleich noch mal auf, weil der hier hat sogar die optionale Carbonabdeckung im Motorraum. Was auch sehr geil ist, vom Konzept her. Und wir haben hier das Vor-Facelift-Modell. Sieht man einmal an den Rückleuchten, die sehen ein bisschen anders aus. Facelift hat hier entsprechend so Voll-LED-Rücklichter. Ein bisschen anders, sehen auch geil aus, muss man klar sagen, aber das ist ja meistens mit den Facelift-Modellen so, dass sich da dann einiges tut. Vorne übrigens auch beim Facelift-Modell gibt es andere Scheinwerfer, und zwar gibt es dann da LED-Scheinwerfer. Die zeige ich dir auch gleich noch mal kurz, oder filmen wir mal einmal hier drauf kurz. Auch schon geil die Vor-Facelift, aber die Facelift scheinwerfer natürlich noch mal etwas, etwas geiler. So, komm gerne mal mit, ich zeige einmal kurz den Innenraum. Im Innenraum, ja, da muss man sagen, da merkt man ein bisschen das Alter. Das Auto jetzt hier ist ja aus 2009, sprich, ja, hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Altes Audi-Lenkrad, dementsprechend, die Wippen sind nachgerüstet. Ansonsten relativ minimalistisch, nicht viel Schnickschnack. Radio ist gerade auch draußen. Da muss man dazu sagen, ja, das gute Stück hier ist ein Japan-Import. Nimm mich, Toiland, ich mag die Kuma-Sah. Sprich, der wird noch umgebaut, filmt gerade mal hier. Hier sieht man es sogar noch, auf den Stickern entsprechend. Schönes Japan-Auto, aber bekanntlicherweise sind ja die Fahrzeuge aus Japan überhaupt nicht schlecht. Und von der Substanz her meistens sehr, sehr gut. Genau. So, kommen wir noch mal ganz kurz zum Herzstück von dem Ganzen. Einmal ganz kurz hier zum Motorraum. Wie gehen wir denn auf? Einfach nach oben. Ah, okay, ist einfach schwer. Der V10. Wie gesagt, gab es als V8 und jetzt auch als V10. Der V10 ist hier ein 5,2 Liter V10-Motor von Audi. Ist ja mehr oder weniger ähnlich auch im aktuellen R8 noch drin. Und da sagt man ja, sogar beim aktuellen vom Motorkonzept, sprich, Motor gepaart mit dem Doppelkupplungsgetriebe beim neuen, ist eine Kombination allererster Sahne. Also wirklich sehr, sehr geil. Und vom Konzept her einfach perfekt mit dem Doppelkupplungsgetriebe. Der hier, muss man sagen, hat jetzt noch ein sequenzielles Getriebe. Ab dem Facelift-Modell gab es bei den alten Audi R8s auch ein Doppelkupplungsgetriebe. Also sprich, gab es da auch schon Neuerungen bei dem Ganzen. Ich würde sagen, du bleibst mal gerade hier hinten stehen. Wir machen mal einen kurzen Soundcheck von dem Wagen. Weil das ist ja das Thema, warum man sich den R8 überhaupt kauft. V10-Saugmotor. Kommen wir mal rein. Und kam was raus, würde ich sagen. Auf jeden Fall, kam was raus. Kein OPF, großvolumiger Saugmotor, da muss was gehen. Gleich seht ihr das sowieso noch mal kurz in der Vorbeifahrt, dass ihr da auch noch mal reinhört. Und schauen wir uns das Ganze mal von drinnen an und fahren mal kurz eine Runde. So Leute, für mich auch das erste Mal R8 fahren bin ich bisher auch noch nie gefahren. Was mir direkt auffällt, es ist leider wirklich ein relativ kleines Auto. Wenn man den auf Bildern sieht, wirkt der gar nicht so klein. Aber jetzt, wenn man davor steht und vor allen Dingen, wenn man drinnen sitzt, ist es wirklich knackig, klein, eng. Muss man ein bisschen, muss man ein bisschen, muss man auf jeden Fall sagen, muss man zugeben. Ihr seht jetzt, ich bin 1,85m. Acquib mehr Platz oben ist nicht. Und der Sitz ist schon ganz unten. Das heißt, so viel Kopffreiheit und so viel Platz hat man hier nicht im Innenraum. Aber gut, man kann nicht alles haben. Jetzt, der hier hat ja wie gesagt noch das sequenzielle Getriebe. Das heißt, man merkt, wie zum Beispiel beim Aventador oder bei den anderen Fahrzeugen, dass er einfach eine gewisse Schaltunterbrechung drin hat. Die neuen mit Doppelkupplungsgetriebe, da muss das definitiv anders sein. Da wird das mit Sicherheit auch deutlich besser sein. Das heißt, das wäre definitiv ein Punkt, zu sagen, okay, man kauft sich eher entweder hier von das Facelift-Modell oder da natürlich den ganzen neuen R8. Wo ich schon gehört habe, dass die Getriebekombination mit dem Motor wirklich sehr, sehr, sehr gut sein soll. Und wirklich annähernd perfekt und das Beste, was man so kaufen kann momentan. Ich habe gerade schon mal ein kurzes Fenster runtergelassen, dass wir jetzt gleich mal reinhören können. Was da so rauskommt bei dem V10. So, jetzt nochmal. Manuelle Gasse, vierter Gang, dritter Gang, zweiter Gang. Aber es ist wirklich eins zu eins das sequenzielle Getriebe, wie man es mal bei Aventador hat. Dass da einfach die Gänge reinknallt und wirklich eine gewisse Schaltunterbrechung da ist. Aber er schaltet besser im normalen Modus. Schaltet besser. Jetzt gehen wir mal aus Sport raus. Schauen wir mal, wie er da schaltet. Zweiter Gang. Ja, man merkt einen deutlichen Unterschied, dass er deutlich sanfter den Gang einlegt. Aber dennoch sequenzielles Getriebe merkt man auf jeden Fall. Das wäre wirklich ein Punkt, zu sagen, okay, man geht eher aufs neue Modell. Ich mache nochmal Sport rein und wir beschleunigen gleich nochmal kurz durch. Jetzt ist es irgendwie ein bisschen frei hier. Ich lasse mal das Fenster zu, vielleicht hört man es irgendwie so ein bisschen besser, dass keine Windgeräusche so stark da sind. Zweiter Gang. So, das schiebt schon vorwärts. 525 PS hat das Modell jetzt hier. Der V10 Plus hat im Endeffekt nur kleine Softwareanpassungen und hat dann 550 PS. Auch aus dem V10 Saugmotor entspringt. Ich persönlich würde eher zum Facelift tendieren, einfach wegen der Optik alleine schon von den Frontscheinwerfern, von den Rücklichtern. Und natürlich dann auch im Werterhalt ist natürlich das Facelift-Modell wahrscheinlich etwas besser. So, also zur Sitzposition kann ich auch nochmal sagen, man sitzt wirklich nicht so berauschend in den Sitzen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Sitze gab bei dem Modell oder ob das die normalen sind. Aber man sitzt wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ein bisschen blöd im Auto. Auch finde ich, ich habe wenig Platz hier am Lenkrad, um entsprechend zu lenken, weil meine Knie da am Weg sind. Aber gut, wird wahrscheinlich beim neuen etwas besser sein. Zurück kannst du ja noch. Zurück könnte ich noch, ja, weil dann ist Lenkrad so weit weg. Also besonders gut sitzen tue ich meiner Meinung nach nicht. Aber jetzt machen wir es so, ich schmeiße die jetzt mal hier kurz raus. So, dann kriegt ihr ein paar Außenaufnahmen. Wir werden mal kurz mit dem Fahrzeug hier vorbeifliegen und dann schauen wir mal, ob man das gut hört von außen. Wir werden mal hier! So Leute, kurzes Fazit. Die Spritztour ist rum. Ich bin auch mal ein R8 V10 gefahren jetzt. Klar, man muss sagen, vom innen drin sitzen, relativ beengt. Sitz an sich und Kombinationen sind mit dem Lenkrad mit 1,85 Größen nicht ganz so optimal. Da habe ich jetzt leider keinen Vergleich dazu, wie es im neuen ist. Tendenziell kann ich aber sagen, wenn man überlegt, preislich liegt man hier bei so einem, ja, sage ich mal, so ein Modell wie das jetzt hier mit V10 und etwas älter, sage ich mal so 65.000, 70.000. Wenn man da jetzt auf ein Facelift-Modell geht, V10+, liegt man vielleicht so bei 80.000, 85.000 irgendwo in dem Dreh. Und dann den Sprung zum neuen Modell, dass man sagt, man hat das aktuellste Modell. Vor Facelift liegt man schon bei 120.000, davon ist Facelift bei 150.000, was dann ja schon fast das Doppelte ist von dem, was man für so einem hier ausgeben würde. Fraglich, ob da der Preisunterschied dann so gerechtfertigt ist, weil ihr habt im Endeffekt den gleichen Motor bei den Facelift-Modellen und auch ein Doppelkupplungsgetriebe, was ja auch schon mega geil ist, nur halt nicht das aktuelle Modell. Somit kann man dann jetzt ja schon sagen, dass es kaufenswert ist, auch den alten R8 zu kaufen. Klar, V10 Facelift würde ich schon in Betracht ziehen und nicht gerade den V8, aber V10 Facelift kann man definitiv gut kaufen. Und würde ich sagen, das war es schon mit dem Video. Schreibt gerne mal rein, was ihr kaufen würdet, alt oder neu und warum. Und was für ein Fahrzeug wir gerne in der nächsten Zeit nochmal drehen sollen. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, haut rein. Bis dann.